William Shakespeare's Hamlet ist eins seiner bekanntesten und gleichzeitig rätselhaftesten Stücke. Shakespeare entschied sich, einen Stoff aufzugreifen, der im elisabethanischen Theater bereits populär war. Hamlet war zur Zeit Shakespeare's bereits eine bekannte Bühnenfigur. Man geht in der Forschung davon aus, dass es einen heute verschollenen Ur-Hamlet gab. Darüber hinaus war die Gattung der Rache-Tragödie in Mode. Zum ersten Mal taucht die Figur im späten 12. Jahrhundert auf, in der auf Latein verfassten dänischen Geschichte von Saxo Grammaticus. Hierin befindet sich der junge Hamlet am dänischen Hof unter höchster Gefahr. Sein Onkel hat unrechtmäßig den Thron bestiegen. Aus diesem Grund stellt sich der junge Hamlet verrückt und tarmt damit seinen Racheplan. Shakespeare's Hamlet ist wiederum weit mehr als eine reine Rache-Tragödie. Er greift das zentrale Motiv der Rache auf, doch verkompliziert er es, indem er mit seiner Titelfigur einen melancholischen, reflektierenden jungen Menschen zeichnet. Hamlet ist sensibel und intelligent. Er blickt dem Ekel der Welt in die Augen, weiß zu benennen. Doch gerät er darüber nicht ins Handeln, sondern ins Resignieren. Viel mehr als über die Rache schreibt Shakespeare mit Hamlet ein Stück über die Erinnerung. In einer zentralen Szene im ersten Akt erscheint Hamlet der Geist seines Vaters und erzählt ihm, was geschehen ist. Der Vater wurde von seinem eigenen Bruder ermordet. Zwar fordert der Geist Hamlet zur Rache auf, doch gibt es in dieser Szene ein wichtiges Detail zu beachten. Bezeichnenderweise sind die letzten Worte des Geists nicht »Räche mich«, sondern »Gedenke mein«. Shakespeare's Vater praktizierte Zeit seines Lebens heimlich den katholischen Glauben, obwohl dieser verboten war. Somit auch die katholische Praxis der Toten zu gedenken. Man durfte sich nicht an seine verstorbenen Familienmitglieder erinnern, um sie trauern, sich ihres Geistes vergewissern. In der Inszenierung von Barbara Frey ist die Begegnung zwischen dem jungen Hamlet und dem Geist seines Vaters eine Schlüsselszene. In dieser Begegnung werden generell Erinnerungen und Sehnsüchte geweckt. Es sind unsichtbare, irrationale Kräfte der Vergangenheit, die unsere Gegenwart unmerklich beeinflussen. Das Bühnenbild der Inszenierung von Bettina Meyer gleicht einem Vexierbild. Das Publikum blickt von der Hinterbühne auf einen Vorhang, der sich öffnet und den Blick auf eine weitere Bühne freigibt. Wer spielt? Wer schaut dabei zu? Wer ist im echten Leben? Wer im gespielten? Wer beobachtet? Wer ist Beobachter? Wo endet die Realität und wo beginnt die Imagination? Das Thema der Imagination und Kunst zieht sich weiter und betrifft fast alle zentralen Szenen. Nach der Begegnung mit einem Schauspieler entschließt sich Hamlet, die Mittel der Kunst anzuwenden, um den Beweis zu erbringen, dass sein Onkel Claudius seinen Vater umgebracht hat. Damit wird ein Kreislauf in Bewegung gesetzt, der das aus den Fugen geratene Dänemark nicht wieder zur Ruhe bringt. Barbara Frey hat die komplizierte und anspruchsvolle Rolle des Hamlet bewusst mit einem sehr jungen Schauspieler besetzt. Jan Bülow ist 22 Jahre alt. Frey interessiert die Lebensrealität dieser jungen, letztlich noch unschuldigen Figur zu zeigen. Das Motiv der Erinnerung wird zum Motiv der Kunst und des Theaters. Schließlich wandelt es sich zum Todesmotiv. Barbara Frey stellt diese Motivkette ins Zentrum ihrer musikalischen Inszenierung. Das Ensemble spielt und begleitet das Geschehen gleichzeitig als Band musikalisch. Die Musik bricht in die Realität von Helsingöhr hinein. Friedrich Nietzsche hat sich in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik auf Hamlet bezogen. Der Geist der Musik manifestiert sich in der Inszenierung zum ersten Mal in der Begegnung Hamlets mit dem Geist seines Vaters. Doch wird mit der Musik und somit der Kunst in Hamlet nicht zwingend Gutes erreicht. Die Theateraufführung im Stück, in der Hamlet seinem Onkel durch Spiel und Musik einen Spiegel vorhält, entwickelt sich im Gegenteil zur Todesfuge, für ihn und den gesamten Hof. Im Zentrum dieser Arbeit stehen also nicht nur, um mit Hamlet zu sprechen, Worte, 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 sondern auch mit einem Seitenblick auf Nietzsche, der Geist der Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017